So, willkommen bei Stronghold 2, eigentlich meinem zweiten Projekt, aber da ich mit Star Wars Republic Commander ein paar Probleme hatte, oder immer noch habe, und ich sie noch versuche zu lösen, werde ich jetzt einfach mal hiermit anfangen. Und, ja, schauen wir uns mal an, was wir so machen können. Ja, wir spielen natürlich beide Kampagnen durch. Fangen wir erstmal hiermit an. Und das Intro hört zu. Ich sende euch auf einen Botengang an die Grenzen des Gebiets. Die drei Edelmänner, die mir unterstellt sind, haben nur wenig gegen die zahlreichen Probleme dieses Landes getan. Eins noch, wenn ich euch das nächste Mal dabei erwische, wie ihr Geld zurückhaltet, knöpfe ich mir nicht nur eure Bücher vor. Ich habe schon eine Weile nichts von Sir Edwin gehört, doch man sagt, er habe sich darauf verlegt, die Bauernschaft um Tribut zu nötigen. Sir Grey, ja, verbringt die meiste Zeit mit Schlafen. Was, was sagtet ihr? Und was Sir Wildemann geht, wenn er nicht gerade auf einem Kreuzzug ist, verbringt er die meiste Zeit damit, Lady Seren, den Hof zu machen. Ich kann nur hoffen, dass ihr das Ruder herumreißen und einen Profit für die königliche Schatzkammer erwirtschaften könnt. Seit vielen Jahren schon fallen immer wieder Schiffe in den trügerischen Wassern dieser Küste ein. Eure erste Aufgabe wird es sein, ein Signalfeuer für die Schiffe zu errichten. Gut. Ja, und mein Name ist Simkins. Willkommen auf eurer neuen Burg. So, wir haben noch alles mal Kornspeicher hierhin. Mal Gäste, hierhin. Eure Beliebtheit sinkt. Mein Herr, ich habe ein paar Mönche entsandt, die sich um das Signalfeuer kümmern. Sie nehmen das benötigte Holz aus unserem Vorratslager. So. Okay, der war scheiße gebaut. Aber ich brauche jetzt erstmal Sägewerk. So. Und pflanzt eure Bäume nach Tenne. Also, die Menschen sind echt lahm. Bewegt euch mal was schneller. So. Okay, 40%. Okay, 40%. Oh, da fällt ein Schiff. Mal gucken, ob es durchkommt. Ah, ne, ich glaube nicht. Das wird genau darauf. Oh. Okay. Das war meine Wendung. Aber jetzt glaube ich, dass sie hier drauf fahren. Ja, machen sie auch. Eure Beliebtheit steigt. Ein weiteres Schiff ist auf Grund gelaufen. Wir müssen das Signalfeuer schnell fertigstellen, bevor noch mehr ihr Leben lassen. Ja, ist ja schon gut. Ich beeile mich hier. Ja, die könnten sich hier auch mal beeilen. Gucken, wie viel ist da drin. Oh, da steht mal das. Fürs Erste ist schon genug drin. Also, na, gleich noch ein paar reinmachen. Aber ich brauche Holz. Komm, beeil dich. Los. Hol die Peitsche raus. Und. 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 Gut. Kann ich hier wieder ein bisschen bauen. Sehr gut, wenn ich ein Gehilf mache. So. Jetzt kommen da wenigstens wieder ein paar Bauern raus. Einen guten Tag wünsche ich. Eure Rationen sind in Ordnung. Aber das ist auch schon alles. Ja, ich weiß. Gut, nicht schlecht, nur in Ordnung. Ja, ich weiß. Boah, da kommen aber viele raus. Ach du Kacke. Okay. Boah, sonst haben wir wieder rechtlich Arbeiter gebracht. Ja, wie ihr seht, genug Äpfel für den ganzen Tag. Lebensvorrat Äpfel. Das ist gut. Das ist sehr gut. Können sogar schon nichts mehr bringen. So viel ist da. Ja, ich denke mal mit dem Nürn im Holz. Müssen wir, müssen wir noch was beeilen. Aber sonst denke ich schon mal, ist gut. Gucken wie viel Prozent das hat. So, ich hoffe, die erste Aufgabe gehen wir noch fertig. Hör mal, sucht euch Arbeit. Hier, holt die Peitsche raus und chillt nicht hier drauf. Sollt arbeiten und nicht chillen. Aber die bringen sehr viel Holz mit. Also, wirklich. Jetzt haben wir schon wieder welche. Aber ich denke mal, drei Reichen. Ich mache jetzt nur noch ein paar Obstgärten. Dann müsste eigentlich die Mission kein Problem mehr sein. Aber ich mache noch ein paar Sägegruben. Besser viel zu viel als zu wenig, ne. Genug Arbeiter haben wir noch. Oh, noch ein Gefühl. Da kommen ja wieder so viele raus. Kommen da immer wieder neue raus? Das wäre natürlich praktisch. Aber ich denke nicht. Ausgezeichnete Arbeit. Ihr habt der Wirtschaft unseres Landes einen großen Dienst geleistet. Und da ihr die Schifffahrt gesichert habt, kann ich euch mit edleren Aufgaben betrauen. Ja, das war auch die richtige Aufgabe. Das Signalfeuer ist fertiggestellt und leuchtet, Sire. Und mache ich hier jetzt Schnitt. Ja, hier mache ich Schnitt. Bis zur nächsten Mission. See you next mission.